Liebe Karnevalsfreunde, ein kräftiges Rumsgedie-Helau aus Beckum ruft euch Thomas der Zweite, Hofmarschall Klaus und unser schlagkräftiger Elberat der KG Kolping zu. Im letzten Jahr durften wir gemeinsam mit unseren drei Präsidenten, dem Kater Rumsgedie, der Prinzengarde Rot-Weiß und einigen Tanzgruppen das Kreisprinzentreffen in Bahndorf besuchen. Wir hatten sehr viel Freude an dieser launigen Veranstaltung und haben bis spät in die Nacht gefeiert. Dies alles muss leider aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen. Umso mehr freue ich mich, dass ich euch einen Videobotschaftsgruß schicken darf. Bleibt alle gesund, haltet durch, damit wir im kommenden Jahr wieder gemeinsam Karneval feiern können. Rumsgedie, euer Thomas der Zweite.